Pauline Bremer, Sie haben heute mit Lyon gegen PSG gespielt. Wie ist das gelaufen heute? Es ist super gelaufen für uns. Wir haben ein wahnsinnig gutes Spiel gemacht, haben in einem super Stadion gespielt, haben sieben Tore geschossen, was gegen eine Mannschaft wie Paris sicherlich nicht leicht ist. Aber wir waren heute einfach gut drauf und dann hat alles gepasst und jetzt sind wir sehr glücklich, dass wir das Spiel gewonnen haben. Normal sind Sie im Finale, ja? Ja, es ist immer noch ein Spiel zu spielen, aber wir würden es schon gerne, ja. Sie spielten hinten rechts, das ist nicht eine Position, wo Sie normal spielen, oder? Nein, normalerweise spiele ich weiter vorne Stürmer und das ist ein bisschen neu für mich, aber ich denke, ich werde mich an das Team anpassen, je nachdem wie ich aufgestellt werde, wie ich gebraucht werde. Und dann spiele ich halt auch hinten, also hauptsache ich spiele. Sie kommen zurück von einer Blessüre. Wie ist das jetzt? Viel besser? Ja, jetzt ist es viel besser. Ich merke eigentlich gar nichts mehr. Ich denke, ich merke selber, dass noch ein paar Prozent fehlen, bis zur hundertprozentigen Leistung, aber ich bin einfach froh, wieder auf dem Platz zu sein und wieder spielen zu können. Und wir sehen uns in Italien, im Mai? Ja, sehr gerne. Ich bin dabei. Okay, danke schön. Viel Spaß. Danke schön. Danke schön.